hallo freunde sonne da bin ich wieder und wir haben jetzt dieses bison was hier vorne irgendwie fest hängt das darf nicht mehr als 400 kilo wiegen das ding hat gerade 700 noch was gewogen verflucht noch mal echt unpassend echt blöd also keine männchen nicht gut scheiße so mal gucken das mädel hängt nicht mehr fest die ist weiter hierrand scheinbar ich kann es halt leider auch so vom fernglas her nicht erkennen ob das jetzt nun wie schwer das nur ist weg leider nicht da hinten ist es kein plan wie schwer die ist aber wenn es ein 400 kilo sein soll dann müsste ja müsste ich ja theoretisch ein junges erwischen keine ahnung dass das ding war ja schon jetzt hier riesen propper und das bison jetzt erwischen noch jagen und da ist auch noch irgendeins vielleicht ist das kleiner optisch ersichtlich kleiner meine ich kleiner sie ist schon echt klein aus sie ist wirklich kleiner aus aber das könnte jetzt auch täuschen welches von denen jetzt kleiner ist hoffe nur dass sie jetzt hier runter läuft zudem da will und mir quasi direkt in die arme läuft nicht vor mir weg ja das erklärt natürlich die schwierigkeit an der mission wenn die hier alle über 400 wiegen und du sollst da eins rauspicken was nicht so viel wiegt ist das natürlich eine knackige sache muss man ja mal so sagen hoffen wir mal dass wir das so schnell wie möglich erledigt kriegen keine lust hier jetzt noch ewigkeiten um zu hängen nämlich nicht so meine karte ich mag die nicht so deswegen hoffe ich dass ich das ganze jetzt hier erledigt kriege wo wir sind zwei so wird er bin ich ja nur wirklich relativ nah dran denken sie doch deutlich größe alles gesehen wie es die viere von sich gestreckt hat das ding wollte mich kehren und zwar nicht glücklich über mich er sei den kopf der dritte hat gerissen fast wir waren fast dran ganz knapp schade schade da muss das eine gepickt jetzt klicken was das andere hätten doch da hinten bleiben sollen da waren mehrere wird man alle schön aus der herde rausballern können praktisch war natürlich das hat wie so schön stehen geblieben ist und sich den zweiten fall von mir einfach abgeholt hat ganz gemütlich aber es wollte mich ich wollte mich tot sehen beziehungsweise es hat angedroht hat mir glaube ich nur gedroht es war jetzt kein angriff sondern blanke drohung so von wegen wenn du jetzt noch näher kommst dann ratter ich dich um was es mit sicherheit auch getan hätte so das zweite star der zweite schuss der war schon besser weil der durch die ganze wirbelsäule durchging das ist natürlich praktisch in dem fall ich habe gedacht ich gehe jetzt drauf ganz ehrlich ich dachte jetzt ist es zu ende ja und letztendlich darf ich jetzt wieder einem bison hinterher rennen dass mir den arsch hinhält das andere eben hatte ja 449 400 dürfen war nur das heißt hoffen wir mal dass das jetzt noch kleiner ist ich sehe auch leider nicht wie weit ich jetzt entfernt bin 74 also am besten wohl in den höcker zielen und reinballern dann könnte schnell ende sein praktischerweise da biegt dann nach links ja hätte ich jetzt die wirbelsäule getroffen dann würde es jetzt nicht rennen das problem ist ich weiß nicht wie schwer es ist an dem jetzt ewigkeiten hinterher rennen und am ende das vieh sonst wie viel auf einmal dass die mädels nicht so lange laufen können da sehe ich den buckel schon wieder oder den hintern kann leider nicht sagen wie weit der hintern entfernt ist von mir da hätte ich vielleicht auch den snakebite mitnehmen sollen oder so das wäre vielleicht etwas praktischer gewesen weil der ein bisschen mehr durchschlägt da ist es nicht so schwierig da macht es sich vielleicht doch gut den von hinten einen zu geben und dann möglicherweise echt die wirbelsäule zu durchknacken da steht schon das nächste wenn das jetzt nicht das richtige ist dann ich weiß nicht weiter keine ahnung ich kann jetzt eine ganze herde zerlegen und werde wahrscheinlich nicht das erwischen was ich gerne haben will leider weil steckt so werden wir noch ein stück ran müssen apropos mal gucken sollen wie viele pfeile ich noch ab da ist ein schuss dann erst mal nachladen da ist ein pfeiler rin ach gott das ist eine tolle sache zielend ja ich kann auch leider noch nicht erkennen was das für ein blut ist weiß nicht auf welchem level das noch mal konnte denn dann müsste ich eh ausloggen wenn ich das level erreicht habe ich habe gerade irgendwie tracking level 2 erreicht das glaube ich aber nicht dass es das da hinten ist so weit gerannt wirklich oi 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 mal gucken ja das ist es dicken pfeile wenn es doch einfach nur aufgeben würde nein naja gut hinterher 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 es geht für die tiere aber auch glücklicherweise immer irgendwie bergab halt das gefühl die können immer irgendwie sich nach unten verziehen und sich verstecken sodass ich sie aus den augen verliere sonst könnte ich sie viel besser verfolgen dann machen wir mal ein bisschen chilliger ja die ist nämlich noch ein bisschen aufgeregt aber ich denke wenn ich denke wenn es die nicht jetzt ist dann lasse ich es werden wir ja nicht weg die mission gott sei dank die ist ja gespeichert aber dafür sind einfach zu viele fehler ja passt dass das jetzt sich lohnt hier noch groß weiter zu machen müsste letzten endes hier wieder irgendwo hinlaufen am anfang jetzt auch nicht so weit ist aber wie lange soll ich denn hier die folge ziehen ich hab ja vorhin schon eine überlänge gemacht bei denen braucht kein boot mehr oder vielleicht doch etwas tiefer zielen 99 entfernt aber hier weiter auf den hintern zu schießen halte ich für keine gute idee das juckt die doch gar nicht aber sie bietet mir ja auch nichts anderes an den hintern oder vielleicht doch wenn sie mit dem kopf wackeln dann ist das glaube ich ein schlechtes zeichen dann rennen die gleich los durch 73 mach mich nicht unglücklich wie unter 400 kilo naja ansonsten kann man halt nur sagen da ist halt die schwierigkeit hinter das konnte ich hier nicht wiedergeben nicht nicht schaffen in diesen sessions leider jetzt tut die da auch noch rum ruckeln halte ich für relativ unglücklich weil ich nicht genau weiß wo ich da jetzt hinschießen soll das ist schon besser immer noch keine ändernde in sicht zwei pfeile knochen trocken knochen trocken hat viel knochen trocken und viele spuren wenn ich mir von dem einen bison sein sind wir hier die hasen oder was ich glaube hier sind die bisons alle hochgerannt ja wo ist jetzt lang da lang ist gut da lang ist gut gut verloren weiter da lang jetzt können sie ja bei gelegenheit einfach mal liegen bleiben unten wahrscheinlich noch bei ihrer kollegin die mich dann umrennen will scheiße sind da viele aber da sieht eins ziemlich klein aus von denen ne rechte von denen da steckt der pfeil steckt die pfeile sorry aber das rechte von denen sieht doch relativ klein aus was da jetzt gerade hier hinter ist ich glaube es ist nicht nur optisch kleiner es ist wirklich kleiner das ist so nicht dass ich mir das jetzt einbilde wirklich kleiner aus sieht auch klein aus keine ahnung machen sie jetzt ganz anders weil mir jetzt eins von denen die kleiner aussehen und sie werde ich dann wenn ich die mission fertig haben sollte mit dem dampfhammer erledigen nachdem sie drei pfeile in sich stecken hat und rum rennt damit werde ich das ganze mit dem dampfhammer beenden und wenn das wirklich kleiner ist dann dürfte es auch nicht so lange weg rennen wenn nicht dann kann die halt mit ihren pfeilen in sich weiterleben in ruhe komm schon mach mich nicht unglücklich ja jetzt sie nach rechts ich kann es ist nicht normal ne ich denke alles wird gut nein sie hängt links das jage ich jetzt tut mir leid da hinten komm dich vielleicht danach nach der session noch abholen dann wird wohl auch noch ne session draus mal her sie liegt hier jetzt langsam mal das ist sie okay sieht es aber von der nähe doch größer aus als ich es gedacht hätte ich denke mal die biegt hier ein in der nähe doch irre echt irre echt irre bitte fall doch endlich um irgendwie versucht wieder in die höcker zu ballern aber nicht mit erfolg andere spur wie viele beschiesse ich denn jetzt gerade nicht mal fragen darf ich habe hier gerade drei stück am laufen die ich beschossen habe ich habe bei der eben den pfeil aber stecken sehen ich sehe nicht mehr durch das sind echt zu viele gerade den überblick zu behalten wenn man die spuren nicht findet ist ja fast gar nicht mehr möglich na gut aber jetzt noch eine folge ran weil die ist schon wieder voll bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst mir daumen hoch da kommentiert nicht vergessen aber nicht vergessen dann seid ihr beim wissen alles kommt bis zum nächsten mal tschüssi